Tja, was soll ich sagen, Alten? Karpfenangeln geht halt immer, ne? Und vor allem, wenn man lauffaul ist, so wie ich, testet man natürlich am liebsten an dem altbekannten Spot, den jeder schon kennt, tausendmal gesehen hat, am besten mit den gleichen Ködern oder mal mit anderen Ködern. Raus mit den Brocken, wir stehen an immer der gleichen Stelle, die man schon gar nicht mehr sehen kann als Karpfenangler. Boring, langweilig ist es. Aber was willst du machen? Es ist halt immerhin eine Stelle, die nach wie vor immer wieder funktioniert. Und zack, innerhalb von jetzt 8 Minuten, 7 Schuppis, 7 Karpfen, zack, es bimmelt schon weiter. Und ich habe das Ganze auch noch ein bisschen tricky zusammengebaut. Hätte ich jetzt gerne nur Frequenz, so wie jetzt gerade hier auf dieser Route, hätte ich ja alle 3 so zusammenbauen können. Und ich hätte übelst die Frequenz, will ich ja nicht. Ich habe die gesteigert, so wie auch schon im letzten Bärensee-Video gesagt. Steigerung reingemacht. Also, Steigerung der Ködergrüßen. Hier angefangen nur mit dem Maiskorn. Hier weiter Maiskorn mit Beulie, 20er Beulie. Hier weiter doppelter Mais, mächtiges Maiskorn, mächtiger Beulie, 26. Ja, reingeschmissen und lübt. Das Ganze allerdings natürlich auch noch geschmacklich übelst edel und zart schmelzend auf der Zunge. Reingeballert habe ich hier auf dem zarten Lachs. Denn Hauptsache, er glübt der Lachs. Das ist ja auch immer wichtig, auch wenn man gerade auf Karpfen ist. Und ja, Lachs kann man sagen, ist gerade konstant gut. Schmeckt, kann man nicht anders sagen. Guck mal hier. Ich meine, das ist jetzt hier alles auf einem kleinen Basis-Mais. Da ballern natürlich gerade die meisten rein. Und die Größen sind natürlich jetzt hier gar nicht so gigantisch. Deswegen bin ich ja gespannt, was denn dann mal hier reinballert. Es ist immer noch das erste Mal Auswurf. Es ist immer noch das erste PVA, was ich auf der Route hier dran hatte, da mit drin. Und hoppala, hier ist es jetzt schon der dritte oder vierte Bis. Hier war auch schon was Größeres dran. Mit einem Mais und Beulie. Hier war, glaube ich, auch schon gerade ein zwölf Kilo dran. Muss ich gleich nochmal kurz reingucken. Und auch der hier hat gerade ein bisschen mehr Gewicht, aber auch noch nicht so richtig dick. Komm mal ran, Alten. Schöner Spiegel. Genau, gucken wir gerade nochmal eben rein. 3388812, genau. Der war hier auch gerade schon dran. Also, man merkt tatsächlich anhand der unterschiedlichen Köder bzw. natürlich Ködergrößen und auch Haken unterschiedliche Frequenzen. Im Großen und Ganzen sieht das so hier schon richtig gut aus. Ich habe mir einen Spot angeguckt hier von Big Kauli aus dem Discord, der hat das gepostet. Alles im Detail hingeschrieben, stand hier den ganzen Tag über acht Stunden und hat hier viel probiert und rausgekloppt. Sein Beitrag steht im Discord. Link zum Discord unten in der Beschreibung. Einfach da mal reingucken, wie das da gerade so lübt. Ja, und ich muss sagen, es funktioniert ganz gut. Es funktioniert ganz gut. Wir können ja nochmal ins Detail hier gehen. Hier mit der Fortuna Carb basismäßig eben Lachs als Kunstmais, Lachs als Dip und es war natürlich auch ein PVA dran. Da gehen wir dann gleich nochmal drauf rein. Das PVA habe ich allerdings, es war ein großes PVA, ich habe nur fünfmal reingeschmissen. Das heißt, am Spot liegen jetzt, also nicht das ganz große, das mittlere, liegen jetzt zehn Bällchen Fudermische sozusagen und der Spot lübt. Jetzt auch schon mit dem bisschen an Futter. Bin ich schon ganz zufrieden. Ich bin wirklich ganz zufrieden. Es können natürlich gerne auch ein paar dickere reingehen, wäre natürlich auch nicht verkehrt. Und das ist das, was ich heute Mittag direkt getestet habe. Da war ich hier nochmal mit der guten ollen Zitrone. Auf der Zitrone lief heute Mittag ganz vernünftig die, da liefen die gerahmten, gerahmte Spiegelkarpfen. Eindeutig auf gerahmt und jetzt hier mit dem Lachs eindeutig, kann man ja nicht anders sagen, Schuppies alten. Schuppies auch immer wieder gut, aber gerahmte bringen deutlich mehr Kohle. Deswegen muss jetzt hier natürlich dementsprechend die Frequenz auch deutlich höher sein. Beziehungsweise es dürfen auch gerne so ein paar seltene reinballern. Und da hatte der Bikauli, der Lümmel, einige von. Ich schaue gerade mal eben kurz rein. Da sieht man das hier in der Übersicht. Da ist ein Albino mit bei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Geister Spiegelkarpfen waren da in seinem Kescher mit dabei. Das ist natürlich schon nicht verkehrt. Vier, fünf, sechs Stück, genau. Und in Gänze hat er da über 1800 Silber ungefähr gemacht. Ja, nicht verkehrt. Kann man natürlich machen, wenn man so viel Zeit hat. Oder wenn man halt einfach Bock hat, hier auch ein bisschen zu skillen. Wenn die Frequenz und die Größe so bleibt, ist das natürlich recht angenehm. Auch da schaue ich nochmal eben rein in diesen Acht-Stunden-Cescher. Und ja, auch da muss man sagen, die Größen sind nicht so gigantisch. Heißt also, wenn ihr hier auf dicke, fette Trophies ausbist, ist es vielleicht nicht so das Ding. Wenn du aber auf Frequenz ausbist, kann ich jetzt schon sagen, lübt der Lachs. Gar nicht so schlecht. Innerhalb dieser kurzen Zeit jetzt hier zwölf Karpfen. Das ist ja anders wild. Ja, und dann muss ich natürlich eben auch noch ein bisschen testen. Lübt es denn hier mal tatsächlich auf diese ganz dicken? Oder andere Möglichkeit, gehe ich mal von dem Pop-Up-Rick weg und nutze eine Kombination vielleicht mit Pellets. Auch durchaus eine Möglichkeit. Einfach mal auch da wieder ein bisschen was anderes rumprobieren, ausprobieren. Und wenn es einfach nur um Frequenz geht, kann ich jetzt schon sagen, aller Fall da, einfach nur hier mit Mais. Lachs-Mais ist die günstigste Variante. Futter mischen natürlich, laxig angemischt, rein damit. Und dann rausziehen die Brocken. Das ist tatsächlich die günstigste Variante. Kann man nicht anders sagen hier. Einfach mit dem Maiskorn, mit dem Kunst-Mais auf Lachs-Aroma. Zack, Futter mische raus, 35 Meter Clip. Wie immer, was soll man hier sonst machen? Und dann geht das. Das Ganze wäre natürlich nochmal interessant, wenn man es jetzt vielleicht von einer anderen Seite ausprobiert. Jetzt vielleicht gegenüberliegend. Man kann das Ganze natürlich jetzt auch an verschiedensten Spots testen. Werde ich jetzt die Tage auch machen. Ich habe jetzt ausreichend PVA hergestellt. Apropos PVA, wir gehen da natürlich nochmal eben kurz drauf ein. Das PVA ist ja hier zum Glück noch angehangen. Also gehen wir da mal rein im Detail. Wir haben hier drin, oder ich habe jetzt hier drin verwendet, Erbse als Basis. Lachs gemahlen, Lachsboili gemahlen quasi. 14er Boili. Und dann noch Lachs- und Thunfisch-Pellets. Beziehungsweise dann hier nochmal 12er Thunfisch-Pellets noch dazu. Lachs-Soße oben drauf gestreut. Und schön durchgeweigt alles rein in das PVA. Und dann lübt das Ganze. Allerfaller, die Stimme lässt nach. Nach dem dritten Video in Folge wird langsam Zeit. Wenn ihr das Ganze übrigens hilft, gerne den Kanal da... Einen Daumen da lassen, Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen. Das hilft mir wahnsinnig. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe nicht, dass diese Lümmels hier überhand nehmen. Die wollen wir nämlich gar nicht hier am Spot haben. Die kleinen, die sind, ja, nicht nur schäbig, sondern haben auch keinen Wert. Wir wollen ja hier die dicken Brocken. Was mache ich als nächstes? Wie gesagt, ich teste natürlich mit dem vorhandenen, was ich jetzt habe. Mit dem Background. Zum einen natürlich aus dem Discord mit den Infos von den anderen Anglern. Und mit dem Wissen, was ich jetzt hier habe und die Erfahrung, die ich jetzt hier an dem Spot habe, teste ich natürlich auch andere Spots. Heißt, ich würde, glaube ich, als nächstes einmal hier in dem Bereich gehen oder hier. Und auch nochmal hier in diesem Bereich. Da war ich zuletzt auch mehrfach und hatte auch hier immer wieder seltene. Wobei hier müsste man das Ganze ein bisschen umbauen, denn hier der ganze Bereich ist total grünlich. Das heißt, dementsprechend müsste man das Ledcore und das Blei nochmal eher auf grasig-grün umbauen. Aber auch dann geht das gar nicht so schlecht. Ich sehe auch gerade hier im Ingame-Chat, im Feierabend-Chat, haben wir hier auch wieder, ja, selbst in der Nacht noch dicke, fette Schuppis dran. Also auch da wird noch kräftig auf Karpfen geangelt. Da haben wir hier den nächsten Spiegel. Ja, so sieht es aus. Ich würde sagen, einfach mal testen, ihr Lümmels. Ihr könnt ja mal unten reinschreiben, mit welcher Mische ihr gerade hier zugange seid und mit welcher Köder-Kombination ihr hier gerade zugange seid. Einfach mal unten mit reinschreiben. Ich habe auch schon gehört vom Dudubaum, vom Druidenbaum, von der dicken, fetten, alten Eiche. Die ist, glaube ich, hier so in dem Bereich. Natürlich, da soll es auch übelst wieder abgehen. Ich teste nach wie vor hier erster Biss auf dicke Boilies. Da bin ich natürlich jetzt gespannt. Ich hoffe, der bleibt dran. Da bin ich echt gespannt. Erster Biss auf 26er Boily. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich würde sagen, ja, fast eine Viertelstunde hat es gedauert, bis da jetzt wirklich mal was reingeht. Dann darf das aber natürlich auch, wenn das was wirklich Dickes ist. Das ist natürlich nicht schlecht. So, und dann schön rein hier in den Blank. Immer wieder nachziehen. Und auch mal ein bisschen verschiedene Winkel nehmen zum Nachziehen. Ich drücke jetzt einfach nur rein, drücke noch nicht die rechte Maustaste, wobei auch das zwischendurch mal gemacht werden kann. Wenn man sich so die Beschreibungen anguckt aus dem RF4-Forum, da gibt es ja einen ganzen Post zu diesen Ausschlitzern und so weiter. Habe ich übrigens auch im Discord verlinkt, das Ganze, beziehungsweise nochmal reingepostet, damit man da die Infos aus dem Forum, die wertvollen, natürlich auch nochmal weiter teilt. Schöner Brocken, sieht gar nicht so schlecht aus, ne? 15 Kilo, digger Vetter, Schuppi, Alter. Ha! Nice! Mitgenommen, den Glubscher. Schön. So darf das natürlich gerne weitergehen. Also, auch gerne mal die dickeren Boilies hier verwenden. Ja, 26er Pop-Up Boily. Und ich glaube, weil jetzt hier die ganze Zeit nichts reingegangen ist an Futter-Mische, nach 20 Minuten werfe ich jetzt mal die erste Futter-Mische wieder aus mit dem PVA. Fütter quasi jetzt schon mal ein bisschen nach. Und ich glaube, es ist immer noch weit vom Überfüttern entfernt. Ich denke, wenn die Frequenz so bleibt, behalte ich das dann auch so bei, quasi so alle 15 Minuten, 20 Minuten mal so ein Futter-Bällchen nachwerfen. Oder, ja, die Nacht drüber vielleicht ein bisschen Pause mal machen, ein bisschen Ruhe gönnen und dann in den Morgenstunden wieder reinballern. So und so ähnlich geht es weiter. Ja, das ist schon ganz ordentlich an Kohle, die hier reingekommen sind, 20 Minuten, echt gute Frequenz, echt guter Spot, ist halt bekannt. Aber eben auch eine gute Köder-Kombi, Petri ihr Lümmels. Wie gesagt, wenn es geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen fürs Video. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr.